Musik Also wir stehen hier vor der ehemaligen Grundschule Bremerförde-Elm, die jetzt als Bürgerhaus genutzt wurde oder genutzt wird, nachdem sie ja vor einigen Jahren als Schulstandort aufgegeben worden ist. Man möchte das hier jetzt auch in Richtung Mehrgenerationenhausfahrt entwickeln, dass das hier auch ein bisschen strukturiert und organisiert abläuft. Und ich denke mal, das ist für Bremerförde ein Vorzeugeobjekt, das eventuell dann auch in der einen oder anderen Ortschaft Nachahmer finden wird. Besonders an diesem Bürgerhaus bin ich natürlich stolz, dass wir das natürlich hier in der Dorfgemeinschaft geschafft haben, gemeinsam mit den Bürgern Ideen zu entwickeln und letztendlich, sage ich mal, das, was wir heute hier haben, dieses Bürgerhaus zu schaffen. Musik Wir haben in dieses Haus ja integriert, dass natürlich einmal verschiedene Veranstaltungen stattfinden können, aber auch haben wir hier unseren Geschichts- und Heimatverein mit untergebracht, der natürlich sehr viel an Archivmaterial hat. Fast 40.000 Dias sind dort verschiedene Bücher, verschiedene Geschichten, relevante Dinge, die letztendlich diese Ortschaft und diese Menschen hier ausmachen, die werden dort archiviert und natürlich letztendlich für die nächste Generation auch irgendwo erhalten. Ich freue mich einfach, dass wir in erster Linie auch den Vereinen, aber generell uns ein neues Zuhause geben können, dass wir vernünftige Räumlichkeiten haben für Übungen, für Veranstaltungen, um Bastelkurse zu machen, Kochkurse zu machen, alles in diese Richtung. Das hat es vorher bei uns im Dorf nicht gegeben und ich finde das ganz toll, dass wir das jetzt bieten können und ich hoffe inständig, dass wir Elmer dieses auch so nutzen können. Musik Das hätte die Stadt Brummer-Fürde alleine, ohne Elamittel, nicht bewältigen können. Von daher profitiert die Ortschaft unmittelbar davon und das ist auch gut so. Musik Das hat die Stadt Brummer-Fürde alleine, ohne Elamittel, nicht bewältigen können. Das hat die Stadt Brummer-Fürde alleine, ohne Elamittel, nicht bewältigen können.